Das muss ich mal selber gucken, wie ich das jetzt mache. Zack, äh nein, wie läufst du denn? Okay, wir hoffen, dass das funktioniert. Gibt es ein Schloss zu knacken? Nein, stopp. So, jutsch. Ich habe die noch dastehen. Techniker bereit. Abgefahren. Gehen wir da. Sacken! Ich bin da! Gut. Ah, scheiße. Okay. Ja, ist durch. Machen wir mal den hier. Ich bin da. Dann nehmen wir mal das mit. Mal sehen, ob das funktioniert. Was ist der Plan? Falls jemand kommt. Komm, 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 komm. Alles klar? Gibt es ein Schloss zu knacken? Ich bin da. 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 Ja, ja. Gut. Warte. 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 damit schon gerade da haben das lüftung okay wo müssen wir denn durch jetzt habe ich ein problem jetzt habe ich nicht habe ich nicht oder muss halt nur hier durchkommen stop machen so ich habe ich komme ja hier aber müsste zurück laufen okay hier ist noch weiter einsatz bereit immer feste truff gut das haben wir eigentlich doch mal bitte hier so das ist also das problem jetzt das ist jetzt hier die kamera ist dafür okay das ding steuert das ist dann hätte ich ja gar nicht warte mal hier ist tatsächlich doch noch was so so konstruktionspläne ach da die kamera ist da die kamera ist da so gut Verdammt, okay, ich müsste ihn aufs Korn hauen, dann würdet ich ihn, ich muss ja irgendwie die Tür öffnen hier, so ein Dreck, da muss ich ja hier nochmal durch, scheiße, okay, ne geht er nicht, ah man, nicht du, so nochmal hierher, komm, 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 ah scheiße, ach man, jetzt auf einmal reagiert er? War das jetzt? Okay. Boah! So, okay. Oh, jemand anders. So, okay. Eigentlich dürfte er mich ja gar nicht sehen, achso. Die Entscheider muss ich betätigen, okay. Und, wie sieht er mich hier nicht? Komm schon! Oh shit! Boah! Warten wir nochmal noch. Okay. So, okay. Ich bin hier. Stopp, stopp, stopp. jetzt okay er muss ja erstmal noch dahin so jetzt hier ist keiner jetzt kommen wir hier zu ihnen mal gucken ob wir da so gut so warte mal ich weiß auch nicht beide türen offen sind mit ein hebel könnte ich dann beide türen öffnen ok gut 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 Die Bähentüren sind offen. Dann können wir jetzt... Noch ist hier der Sicherheitsmann. Besonders wie jetzt ich hier rankomme. Was ist das denn hier für den Hebel? Okay, das ist das. Ah, mir fehlt da jemand. Jetzt habe ich nur ein Problem, jetzt komme ich da nicht durch. Wie geil. Und... Man hätte hier auch Jürat mitnehmen können. Man hätte... Da hätte ich echt überlegt, wie... Äh, das ist genau da. Äh, jetzt hätte ich aber ein Rocket. Scheiße. Hier hätte ich so ganz lockerflockig hier durchflutschen können. Okay. Wir probieren es. Gehen wir es an. So, okay. Dann warten wir noch mal. Dann kommen wir noch mal. Komm schon, wache auf. Gut. War wohl Einbildung. Ja, war nur eine Einbildung. Einsatz bereit. Ich warte. Mit dem jetzt hier wieder ausmache. Warte mal, probiert mal. Okay. 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 Verstanden. Gehen wir es an. Sag ihm. Was ist der Plan? Hm? Bevor es selber. Achso. Ineignung weisen. Gut, er kommt da nicht. So, es ist gespeichert. Okay. Noch mal zurück, bitte. Noch mal zurück, bitte. War wohl Einbildung. So, kann er hier irgendwas machen? Warte mal. Ja, er kann da nichts machen. Hätte ich mir echt was mitnehmen sollen. Er probiert einfach mal, komm. Probier dir was studieren. Warum in meiner Schicht. Auf geht's.